Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Alink Battery Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part einen weiteren Dungeon abgeschlossen des Rulwoods und haben sogar die Titan-Handschuhe bekommen, womit wir jetzt die fetten Brummer hochheben können. Richtig geil. Ich freue mich drauf, denn jetzt können wir mal den Wald hier nochmal richtig untersuchen. Sowohl in der Licht- als auch in der Schattenwelt. Und können hier nochmal, ja, ein bisschen gucken. Nach Mai-Mais und so. Ich höre es auf jeden Fall schon quietschen. So, guck mal. Zack, da ist er. Mai-Mai. Ah, leider nur Monsterhorn. Zack. Aber ich gehe hier einfach jetzt mal überall rein. Und schaue mich mal richtig um. Sehr, sehr schön. Ja, dann können wir theoretisch auch wieder weitere Dungeons angehen. Ne, wenn man sich das so überlegt. Denn, äh, beim letzten Mal hatten wir im Sandpalast irgendwie. Was ist denn das hier? Äh. Ach so, das war die... Ist das der Typ mit der, mit der Biene? Ja. Ah ja, gut. Ich habe mittlerweile echt viel Geld. Also, ich werde sie mir mal kaufen. Auch wenn man die, glaube ich, so bekommen kann. Ähm, aber dann gebe ich die einfach mal ab, oder? Beim Sumse-Mann. Mal gucken, was wir da für ein Item bekommen. Okay. Aber musste man sich hier nicht rüberziehen? Ne, scheinbar nicht. Hä? Mir war so, als ob man beim letzten Mal noch einen Enterhaken oder so gebraucht hat, um sich da rüber zu ziehen. Oder war das... War das in der Lichtwelt? Jetzt bin ich verwirrt. Naja, ähm, ansonsten ist hier aktuell nicht so viel los. Hier könnten wir jetzt in die Lichtwelt reingehen. Ich gucke mir jetzt mal ganz kurz die ganzen Eingänge an, ja? In der Schattenwelt. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder viel zu tun, ne? So, hier kann man eben raus. Aua. Hier waren wir schon. Und jetzt gehen wir mal... Na, guck mal, hier sind auch ganz viele Felsen. Nein! Was fällt dir ein? Weggematscht. So. Hä? So. Zack. Okay, hier ist nix. Ich muss mal ein bisschen horchen, dass ich das Piepsen nicht verpasse. Okay, hier ist nix. Dann können wir mal hier reingehen. Da waren wir auch noch nicht drin. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Hier ging es zum Eingang. Da drüben sind wir auch wieder rausgegangen. Aua. Nur in der Lichtwelt müssen wir da nochmal nachgucken. Düdülüdü. 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 So. Was haben wir hier noch? Allgemein ist ja hier nicht mehr so viel übrig. Ich geh mal ganz kurz gucken. Ob man hier noch irgendwas finden kann. Aua. Ne, hier ist auch nix weiter. Wie viele haben wir denn hier noch an MyMais? Ach, wir haben alle. Ja, nice. Da muss ich ja nicht mehr suchen, ne? Cool. Sehr schön. Da haben wir noch ne Biene. Wir haben halt den Kecher noch nicht. Ne, 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 ne. So, hier sind wir auch schon runtergeflogen. Da war auch nix mehr. Ja, dann sind wir in der Schattenwelt. Glaube ich fertig. Und wird mal in die Lichtwelt reingehen. So. Hmhmhm. Hmhmhm. So, jetzt kann ich hier auch die Blöcke hochheben. Zack. Easy. Ja, dann können wir uns jetzt in der Lichtwelt mal ein bisschen umgucken. Hmhm. Haben wir hier schon drinne? Hallo? Nö. Hä. Okay. Ne Herzcontainer. Geil. Da kamen noch Monster, habt ihr gesehen. Die hab ich komplett wegignoriert. Okay. Dann haben wir das. Äh, ich würd einfach mal hier reingehen. Und, äh, gucke mal. Hmhm. Hier fehlen nämlich noch drei Stück. Und ich glaub, hier drüben waren wir noch nicht, oder? Mit dem Enterhaken. Aha. Zack. Oder? Waren wir hier schon mal? Nö, bei dem waren wir glaub ich noch nicht. Der hat ne Brille. Kann ich... Was? Ich hab... Ich hab... Ich hab mein Schwert noch nicht. Der will ne Wurbelattacke sehen, oder wie? Ja, aber... Tammy. The Witch. Prinzessin Zelda. Kramps. Okay, der... Aha. Okay. Eating Dirt. Was? Ich will nicht mehr mit dir reden. Ich will nicht mit dir reden. Geh weg. Okay, keine Ahnung. Äh, was macht der Typ? Der erzählt uns nur Sachen, oder was? Ja, dann nicht, ne? Wir wollen Items. Okay. Ich rüste mal wieder den Hammer aus. Und dann gucken wir mal. Was wir hier so vollbringen können. Hier muss es auf jeden Fall noch drei Stück geben. Bam. Dem. So. Hier geht's ja auch irgendwie noch zum Masterschwert, ne? Genau. Aber, da brauche ich alle... Hier alle von diesen, äh... Weisheitskugeln. I guess. Vorher kriege ich da, glaube ich, keinen... Vorher kriege ich da, glaube ich, keinen Masterschwert. Also, in Anführungsstrichen. Masterschwert. Wahrscheinlich ist es irgendwas anderes. Okay, wir gucken mal hier durch. Hier ist schon mal gar nichts. Dann, einmal hier rein. Okay, ich höre, ich höre, ich höre. Yay! Nummer 81. Mehr oder weniger. So, hier ist nix weiter. Ja, wir checken mal kurz die Eingänge aus. Aber, waren wir hier schon? Ja, ne? Wir waren hier, glaube ich, schon. So, hier haben wir auch noch einen Stein. Ja, Schatzkiste. Leider nur 50 Rubine. Schade, dass man die Schatzkisten hier im Wald nicht alle sehen kann, ne? Irgendwie auf der Karte. Aber dafür gibt's halt keinen Kompass. Kompass der Overworld. Oder so. Leider, leider nicht. So, zack. Aber waren das jetzt schon alle Eingänge? Wir haben doch bestimmt noch einen verpasst, oder? Äh. Haben wir nicht irgendwas verpasst? War das alles? Hier waren wir jetzt drin, ne? Ja, hier sind wir rausgegangen wieder, ne? Ja. Das scheint's gewesen zu sein. Da geht's in die verlorenen Wälder. Ja, wie gesagt. Ich glaube, hier können wir noch nichts machen. Wir können jetzt fünfmal nach oben laufen, aber... Ich glaube... Das bringt noch nichts, oder? Also, wir waren, glaube ich, auch schon mal auf der Lichtung. Aber konnten da nichts machen. Soweit ich weiß. Ich latsche einfach mal nach oben, ja? Wir gucken mal ganz kurz. Ansonsten gehen wir nochmal in Kakariko rein. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Anfang, ne? Vielleicht wissen wir auch einfach nicht, wo's lang geht. Ich dachte eigentlich, wir waren da schon mal. Wir sind hier auch noch mal in Mais versteckt, vielleicht irgendwo. I'm not sure. Gehen wir mal nach oben. Aha. So, jetzt gehen wir mal nach rechts. Just for fun. Sieht alles gleich aus bis jetzt. Ja, äh... Keine Ahnung. Nee, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Lassen wir das erstmal. Kann auch sein, dass wir da halt, wie gesagt, warten müssen, bis wir alle drei Steine haben. Aber wo... Warte mal. Wie groß ist denn das Gebiet für die Maimais da? Äh... Das ist gar nicht so groß. So, theoretisch müssten die hier schon irgendwo noch sein. Ah, guck mal, da oben hängt eins. Okay. Das können wir uns theoretisch jetzt auch holen, glaube ich, weil... Hier war ja irgendwo diese Felswand drin, oder? Genau. So, da können wir jetzt auch lang und können uns das Maimai holen. Das... ...sollte passen. So, zack. Und das ist Nummer 82. Und das ist sogar ein Real Maimai. Okay. Ähm, fehlt noch eins. Irgendwo in diesem Gebiet fehlt noch eins. Schauen wir mal. Ah, ich glaube, hier unten waren auch noch... Nee. Ah, okay, den hatte ich auch noch nicht. Ja, krass. Den hätte ich aber schon lange haben können. Und das ist diese komische Brille. Äh... Die jetzt auch nicht wirklich wichtig ist, um ehrlich zu sein. Ist das ein Item, was ich ausrüsten muss? Echt jetzt? Hm, okay. Ja, cool. Dann sind wir hier auch fertig. Nice. Ah, Leute, es geht so gut voran, ne? So. Ja, dann hier... ...sollte es jetzt erstmal auch nix... Ah, doch, guck mal hier. Haben wir noch eine Höhle. Die schauen wir uns nochmal kurz an. Ist aber nur eine Feenquelle. Okay. Aber dann haben wir das auch ausgecheckt. Voll geil, oder? Voll geil, wie wir gerade vorankommen. Wir quasi losstürmen. So. Jetzt sind wir in Kakariko. Haben wir in Kakariko schon alles? Kakariko sind wir auch schon fertig. So cool, ey. Ja, das ist halt überall. Müssen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer umgucken. Weil es kann halt überall sein, dass wir irgendwas zum Hochheben haben, was wir bisher... ...ja nicht gemacht haben, oder so. Hm, hm, hm. Und wir können mal beim Sumsemann die Biene abgeben. Können mal fragen, ob wir da was Schönes für bekommen. Hallo? Ja, perfekt. Okay, wir kriegen ein Mai-Mai. Oh ja, warum nicht? Gerne. Ja, 800 Rubine für ein Mai-Mai ist schon teuer. Aber falls wir die 100% dann streben, kann man das schon mal machen, ne? Hm. Ansonsten ist hier, glaube ich, nicht so viel los. Äh, ich würde mal kurz im Laden nochmal diese... Ah, ne, ich hab zwei. Okay, ich hab zwei. Brauch ich gar nicht. Ich dachte, wir haben nur eine. Ansonsten sind wir hier, glaube ich, durch soweit. Ich würde jetzt mal rüber zum Schmied gehen. Denn da haben wir jetzt auch noch diesen Block hier. So. Aha. Und was ist es wirklich? Scheiße. Mann. Einfach, einfach nix bekommen. Das war ja so ein Schlag in die Fresse. So. So. Mai-Mais. Okay, hier soll irgendwo noch ein Mai-Mai sein. In der Oberworld. Ich glaube, hier hinten könnte eins sein, oder? War hier nicht irgendwo auch so ein fetter, äh, Felsen? Oder irre ich mich gerade? Äh. Kann auch sein, ich irre mich. Aber ich denke, es ist auch irgendwo einfach so ein fetter Fels, der rumsteht. Ähm. Wir gucken mal kurz. Wir gucken mal kurz. Wir können jetzt halt wieder ganz viele neue Sachen machen, ne? Mit diesen... Schralala ist auch am Start. Mit den, äh, Titan-Handschuhen. Können jetzt auch in den neuen Dungeon wieder rein, glaube ich. In der Lichtwelt. So, hier ist auch nix. Gehen wir nochmal auf der anderen Seite gucken. Äh, oben bei der Kirche können wir, glaube ich, jetzt auch was Neues machen. Eieiei, eiei, eiei. Chillt doch mal, Leute. Chillt doch mal. So, hier waren wir schon drinnen, ne? Da war nochmal... Ist hier überhaupt was? Ja. Ne, hier ist nix. Da war was drinnen, ne? Da war, glaube ich, ein Herzteil oder so drinnen. I'm not sure. Hm. Danke. Wie geht's dir so? Aha. So. Hier noch irgendwas am Start. Hm. Okay, ich hab's doch gar nicht irgendwo piepsen gehört, aber irgendwo muss er doch sein. Der letzte. Der letzte kleine Moi-Moi. Vielleicht da unten? Bei den Bäumen? Hier irgendwo? Ah, genau. Ne. Oder doch? Ja, da oben war so ein schwerer Fels, ne? Genau, und da war das. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz in die Schattenwelt. Latschen da rüber, dann müssen wir irgendwie in die Lichtwelt wieder und dann können wir da den Mai-Mai holen. So, genau. Jetzt hier rüber. Da rein. Und dann ist unter dem Stein ein Mai-Mai. Richtig? Zack. Okay, wir kriegen wieder Geld hinterher geschmissen. Aber auch das letzte Mai-Mai hier. Okay, hier, das hat man fertig. Alles klar. Hm. Ich glaub, das war's hier, ne? So. Angeguckt hat man jetzt hier alles. Da drinnen dürfte jetzt eigentlich auch nichts mehr los sein. Haben wir hier noch irgendwas? Das Huhn-Spiel haben wir gemacht. Das hier hat man auch gemacht. Das müssen wir, glaub ich, noch in der Schattenwelt machen, oder? Das gab's, glaub ich, auch in der Schattenwelt. Ansonsten würde ich sagen, hier sind wir erst mal soweit durch. Ähm. Ich port mich mal ganz kurz hier so hin. Zur Kirche. Weil da müssen wir, glaub ich, auch was haben, dass wir da jetzt, äh, schwere Steine und so wegheben können. Sollte da nicht irgendwas möglich sein, jetzt? Ich glaub, da haben wir auch was zum wegheben, dass wir da, äh, quasi... Oh, da ist ne Schatzkiste? Oh, die haben wir auch noch nicht. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Aber es geht Stück für Stück alles voran. Ah, die Bäume kann ich natürlich nicht weghauen, ne? Da haben wir schon diese Kruft? Oder muss man das in der... Ah, das muss man vielleicht in der Schattenwelt machen. Ja, ich glaub, das muss ich in der Schattenwelt machen. In der Schattenwelt war, glaub ich, hier so ein fetter Stein. Da war ich schon drinnen. Wie bin ich denn eigentlich da reingekommen? Hm, hm. Soll ich das nochmal eben über die Schattenwelt versuchen? Ich hab gesagt, mit den beiden hab ich noch gar nicht geredet. Hab ich jetzt einfach nochmal gemacht. So. Ey, du. So. Okay, schauen wir uns hier in der Schattenwelt nochmal kurz um. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Warte, ich hab's hier drüben schon piepsen gehört, ne? Ja. Hier wahrscheinlich unter dem Stein. Jawohl. So. Wow. Nice. Da freut man sich doch. Wie viele fehlen hier noch? Null. Perfekt. Dann sind wir hier auch fertig. Dann schauen wir uns jetzt hier in der Gegend auch nochmal ein bisschen genauer um. Denn. Ich bin der Meinung. Genau, da unter dem Stein. Da müsste was sein. Perfekt. So. Aha. Ach man. Scheiße dunkel hier, ey. Ähm. Okay, direkt ne Schatzkiste. Ansonsten ist hier nichts erstmal. Yay. Okay, aber hier ist, äh, hier ist noch ne Tür. Ist hier irgendwelche Schalter? Oder wie komm ich da rein? Hä? Da ist er. Ich seh ihn. Ganz geheim verborgen. Okay. Äh, da oben ist ein Schlüssel. Okay, da komm ich hin. Easy. Noch ne Schatzkiste. Ein Herzteil. Sehr schön. Trinkst du was? Alle Gegner zu töten? Ich weiß es nicht. So, da ist der Schlüssel. Okay. 5 Krabine. Ah, das ist derselbe Raum wie vorher auch, ne? So. Oh, noch ne Schatzkiste. Sehr geil. Hä? Okay. Warte. Dann muss das, äh, was anderes sein. Da sind 100 Rubine. Okay. Cool. Dann sollten wir hier fertig sein, oder? Äh. Okay. Aua. Ja, ich denke, das war's. Okay, rein da. Und jetzt kommen wir doch bestimmt bald... Oh, oh. Oh, oh. Äh, das sind diese Vieh hier mit den Augen, ne? Oh. Ich hab keinen Mana. Okay. Ah, sind schon alle tot? Okay, Alter. Hab's geschafft. Mann, immer dieses blöde Wechsel, ne? Okay. Äh. Ah, ja. Ich zieh mal links. Links war nicht gut. Tiefe. Ich zieh mal rechts. So, lasst mich mal in Ruhe. So, jetzt haben wir's bestimmt geschafft, oder? Äh. Ja. Geil. Und ich glaube, hier wär im Original auch ein Master-Erz drin gewesen. Wir kriegen leider nur ein Herzteil. Schade. Aber dafür auch einen neuen Herz-Container jetzt. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Cool. Mwahahahaha. Lightning. Okay. Leute, ich würd sagen, das war's mit dieser Folge. Ich geh mal zurück in die Lichtwelt. Ähm. Es läuft echt gut. Aktuell. Wir haben wieder gut was geschafft. Gut was gefunden in den letzten Folgen. Ich bin sehr zufrieden. Und theoretisch können wir jetzt wieder in den nächsten Dungeon reingehen. Ich hätte einfach mal gesagt, ähm, also wir haben zwei Möglichkeiten, theoretisch. Einmal in der Wüste. Oder einmal hier in der Lichtwelt. Und dann... Aua. Ich lade doch überall dagegen, ey. Das ist so schlimm. Oder einmal halt... Warte, 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 warte. Der hier, ne? Ich weiß aber nicht, ob das ein Dungeon ist oder ob das einfach nur... Keine Ahnung. Eine Höhle ist. Ah, okay. Das ist nur so eine... Verstehe. Also hier kann man sich wieder ein Item holen. Das ist... Aber da brauch ich einen Boomerang. Hab ich einen Boomerang? Ich hab keinen Boomerang. Okay. Heißt, hier können wir ja eh noch nicht rein. Das müssen wir uns mal merken, dass wir hier noch einen Boomerang brauchen. Hier können wir uns Schätze holen. Das heißt, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir in die Wüste, oder? Den hatten wir ja schon angefangen. Den Dungeon. Ähm. Da ist es dann dran gescheitert, dass wir nicht weitergehen. Weiter konnten, weil wir keine Titan-Handschuhe hatten. Die haben wir jetzt. Das heißt, im nächsten Part würde ich einfach hier weitermachen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Randomizer von Alink-Bettering-Worlds. Tschüssi, Leute.